Ludwig Thoma, Käsebiers Italienreise Fabrikant Friedrich Wilhelm Käsebier aus Charlottenburg, seine Frau Mathilde und seine Tochter Lilli konnten endlich die längst ersehnte Reise nach dem sonnigen Süden antreten. Sie fuhren über München und Innsbruck nach Verona und wir wollen sie ihre tiefen Eindrücke von hier ab selbst schildern lassen. Frau Mathilde Käsebier an Frau Kommerzienrat Wilhelmine Liggefett in Neukölln Verona, 12. Februar, my darling, Italia Fühlst du nicht auch den ganzen Zauber, den dieses Wort auf jeden Gebildeten ausübt? Ich kann dir nur sagen, dass ich das kaum erwarten konnte, bis sich endlich der ewig blaue Himmel über uns wölbte. Mein Mann, der doch gewiss nicht allzu sensibel ist, rief schon in Kufstein, Kinder, ich rieche schon den Süden. Und Lilli machte so große Augen wie ein Kind und ich konnte kaum einschlafen. Denkt dir nur, vor Allah erwachte ich von einem melodischen Geräusch und ich weckte den Fritzen und wir glaubten beide, das sei eine Flöte. Ich sagte noch, das ist gewissen Hirte, der seine Ziegen zur Weide treibt und so eine alte Weise dazu bläst. Und ich malte ihn mir aus mit seinem spitzen Hut und roten Bändern, wie man das doch öfter auf Bildern sieht. Aber als Fritz den Vorhang hochzog, da war das dunkel und der Ton kam von der Dachrinne auf unserem Waggon. Das regnete nämlich. Das war freilich eine Enttäuschung, aber das ist doch schön, wenn die Fantasie so frei zu schweifen vermag und wenn man sich eigentlich nur Poesievolles zu denken vermag. In Verona kamen wir ziemlich früh an und das war ein schrecklicher Lärm auf dem Bahnhof. Ich dachte gleich an deine Mahnung und gab sehr acht, dass der Fatschino unsere Gepäcke auch richtig an ihr Wagen brachte. Aber Fritz bekam zwei falsche Lira, als ihm der Fatschino herausgab. Das ist doch zu traurig, das so ein herrliches Land solche Zustände hat. Adieu für heute, Darling. Ich küsse dir tausendmal als deine überglückliche Mathilde. P.S. Im Tierraum unseres Hotels sah ich gestern eine englische Lady in einer Abendtoilette von rosa Jolt gemustertem Brokat mit rosa Liberty und hellgrüner Tüllspitze. Das Kleid gefiel mir entschieden besser als das von Frau Tiedemann. Du weißt doch, der doppelt drapierte Rock mit der Frackjacke und Kimonoärmeln. Nochmals Grüße und Küsse. Eviva la bella Italia. Ansichtskarte. Am Viehtheater in Verona. Fräulein Lilli Käsebier an Fräulein Lotti Jürgens. Berlin Nordwest. 12. Februar. Hier ist alles wahnsinnig italienisch. Ach, wenn du doch nur hier wärst. Warst du bei Mossi? Bitte, bitte schreib mir doch rüber. Tausend Küsse und Grüße. Sempre la tour. Lilli. Frau W. Käsebier an Frau Kommerzienrat W. Liquefett in Neukölln. Venezia, 14. Februar. My Darling. Jetzt da noch in Verona? Und heut sind wir schon in der Lagunen umrauschten Königin der Meere. Welch ungeheure Eindrücke ziehen hier doch in raschem Wechsel an uns vorüber. Hier spricht ja jeder Stein zu dem Gebildeten. Und man kommt aus der künstlichen Erregung ja eigentlich nie raus. In Verona hat mich am meisten das Grab von Romeo und Julia interessiert. Zu denken, dass man hier an der Ruhestätte dieser beiden Unglücklichen steht, deren Schicksal uns so sehr gerührt hat. Und das vielleicht ganz in der Nähe jener Palazzo ist, auf dessen Balkon das liebesglühende Mädchen sprach, It was the nightingale and not the lark. Gott, wie man hier diese Poesie so recht versteht. Eigentlich müsste man mit Mossi hier sein. Findest du nicht auch, dass der in letzter Zeit schlanker geworden ist? Tiedemanns erzählen, dass der Müllert. Aber Silberstein hat mir versichert, dass der die Fletcher-Kur gebraucht. Jedenfalls, das wär wundervoll, wenn der hier auf ne Strickleiter vom Balkon eines Palazzo runterstiege. So bevölkert unsere Fantasie auch die Totengebäude mit den Gestalten der Dichtung. In Verona sind wir im Diretissimo hierher gefahren. Meyer hat uns zwar zur Pflicht gemacht, dass wir in Vincenza aussteigen, um die dortige Architektur zu sehen, aber Fritze sagte, wir hätten genug zu tun, wenn wir die eigentlichen Clues kennenlernen wollten, nicht? Und Kunst gelehrt haben doch allen Vogel. Findest du nicht auch? In Venezia sind wir am Bahnhof sogleich in ne Jondola gestiegen und nach dem Hotel gefahren. Gott, wie mir da zumute war, so romantisch. Ich musste immer an Lied denken, das man früher oft hörte mit dem Refrain »So singt der Jondoliere« oder so ähnlich, aber eigentlich war das ne Enttäuschung, die Jondel nämlich und der Jondoliere. Ich dachte mir, die Leute fiel pittoreskerer als schlanke Jünglinge mit so silberbestickten, violetten Schuhen und so. So sahen die aber nicht aus. Ach, da liegt unsere Fantasie, spiegelt uns so manches, manches malerischer vor, als denn ist. Ja, für heut Schluss, wir sollen noch ne Serenata auf dem Kanal grande hören. Adio, carissimi mia, tanti saluti, tausend Grüße und Küsse. Deine Mathilde, was sagst du denn zu meinem Italienisch, hä? Krauses haben uns hier geschrieben, dass der junge Silberstein allgemein als pervers gilt. Glaubst du denn? Gott, wie schrecklich. Friedrich Wilhelm Käsebier an Herrn Rentier Adolf Krickhahn. Charlottenburg-Kantstraße. Venedig? Oder Venezia, wie mir ne Olle zu sagen pflegt. 15. Februar. Oller Bullionkopp. Meine fidele Karte aus München wirst du erhalten haben. Ich war nämlich mit dem jungen Krause noch auf ner Karnevalsbierreise, nachdem ich die Damenwelt ins Bett geschickt hatte. Junge, ich sag dir. Ein paar Nachtbetriebe mit Bier und Weißwürsten und Mädels. Hollalalala. Wir zogen noch mit ein paar Dominos und ner Sennerin los in so ne Kutscherbude am Marktplatz. Fein mit Ei. Haha. Die Sennerin hatte nen Ausschnitt und vor ihr Bürgel. Auweia. Au Backe. Dit kannst du dir denken, wie ich da in meinem Element war. Und die Kleine war direkt in mich verschossen. Ja, nur lach doch nicht so dreckig. Sie sagte fortwährend, sie sind oder seien aber schlimm. Und Augen machte die. Na, Joga. Ich sag dir nicht. Nicht so knapp. Eigentlich schade, dass man weg musste und nur hier sitzt. Bleib im Land und näher dich gretlich. Verstehst du? Die Reise war bis jetzt so lila. In Verona bekickt man uns ne olle Ruine, die früher mal ein Zirkus oder ein Theater oder so was war. Ich sagte, Theaterruinen haben wir nur auch in Berlin genug, wo jede Saison ein paar verkrachen. Aber da krieg ich's nicht schlecht ab. Bildung, Junge. Hierzulande sind die ollen Klamotten Heiligtümer. Und meine Mathilde sieht fortwährend den Jeiß der Geschichte herumschweben. Ich sag bloß ne ordentliche Portland-Zementfabrik her und rin mit Ruin. Dafür können sie uns noch dienen, die ollen Ruin. Aber sag das mal zu diesen jüngeren Bädekässen. Und dann ein Blick, verstehst du, der durch Weste und Hemd geht. Am Grabe Romeos bemühte sich die Jattin eine Träne rinnen zu lassen. Und natürlich hat sie das auch fertiggebracht. Dabei soll der Kerl schon über 100 Jahre tot sein. Hast du Worte? Nun sind wir aber glücklich hier in der Stadt, wo man in Jondeln jondelt. Jetzt sollst du mal sehen, wie verzückt die Damenwelt ins Wasser kickt. Bloß weil's Lagune heißt. Das spiegelt sich aber nisch drin dazu, das ist viel zu dreckig. Am Markusplatz erzählt uns der Fremdenführer, der vor ein paar Jahren der Turm eingestürzt ist. Na, was sag ich? Die Trümmer haben sie wieder zusammengekleistert, statt mal ordentlich mit Eisenbeton ranzugehen. Alles wegen die Fremden und damit der Bädekächer recht hat. Die leben hierzulande von der Vergangenheit und Geschichte, damit sie nicht zu arbeiten brauchen. Das ist die Geschichte. Eine Gesellschaft, sag ich dir. Schieber. Eine Grenze. Haben sie mir meine Kiste Bremer Zigarren gemaust oder konfessiert, wie man hier sagt. Und nur soll einer die Stincadoros Italianos rauchen. Nee. Schön ist andert. Ja, nun lebt wohl. Ihr sitzt ja wohl bei Stallmann und spielt den Deutschen Drei-Männer-Sgard. Der vierte Mann schwimmt in Wonne und Resonance und freut sich, wenn er wieder mal einen ordentlichen Grand mit Vieren aus der Hand kriegt. Grüß Schmidke und Krüger und sage ihnen, ich kann es nicht erwarten, dass ich wieder mal unter vernünftigen Menschen bin. Was soll mir der Molo? Ich spiel lieber ein Solo. Euer Fritze Käsebier. Ja, Ansichtskarte. Markusplatz in Venedig. Fräulein Lilli Käsebier an Stutt-Jur-Max-Krüger, Berlin. Venezia, 15. Februar. Venedig ist wahnsinnig. Echt. Lilli. Ansichtskarte. Venezianische Gondel. Fräulein Lilli Käsebier an Fräulein Lotti Jürgens. Berlin Nordwest. Um unser Schiff die Welle schäumt. Der Gondoliere steht und träumt. La Luna blickt herunter. Und wir genießen's froh und munter. Arrivederci. Tanti Saluti. Warum seid ihr nicht bei uns, um all das Schöne mitzugenießen? Gruß FWK. Und Mama Käsebier und Lilli. Frau W. Käsebier an Frau Kommerzienrat W. Liekefett in Neukölln. Firenze, 18. Februar. Mein Darling, was sagst du? Im Fluch von dem blauen Wogen des Adrianischen Meeres hierher in das ewig schöne Firenze. Ich bin so voll von übermächtigen Eindrücken, dass ich mich kaum zu sammeln weiß. Von der herrlichen Lagunenstadt riss ich mich nur mit blutendem Herzen los, denn, was hier das Auge des Gebildeten erblickt und wovon hier die Seele zu träumen vermacht, das ist unbeschreiblich. Ja, du hast recht in deinem lieben herrlichen Brief, für den ich dir innigst danke, das wir in Venezia gewissermaßen erst die Sehnsucht erkennen, die geheimnisvoll in uns schlummert. Wenn man in so einer Jondel sitzt und lautlos durch die Lagunen gleitet, kommt man sich selber wie eine Katharina Coronaro vor und man möchte an den Dogen der hinter uns sitzt ein Wort der Bewunderung richten. Nur das freilich mein Husband die Illusion fortwährend durch seine Berliner Witze zerstört. Aber trotzdem dieses Plätschern der Wellen, diese Palazzi mit ihren kühnen byzantinischen Formen, diese Rufe der Gondolieri wiegen uns immer wieder in Träume von der Vergangenheit. Man denkt an den Kaufmann von Venedig und glaubt dem entsetzlichen Skilog bejegnen zu müssen und man denkt an das entzückende Buch vom Tod in Venedig, von dem jetzt so viel geschrieben wird. Ach, Darling, wenn man mit Richard M. Mayer, der doch so unglaublich viel gelesen hat, über den Rialto wandern dürfte und seinen Ausführungen lauschen könnte. Zwar findet man ja alle den Bädeker, aber dennoch, weißt du, so vom Standpunkt der höchsten Kultur aus den Jeistergeschichte beleuchtet zu sehen, das wäre der höchste Genuss und nirgends sehnt man sich mehr nach einer gleichgestimmten Seele als gerade hier. Eigentlich sollte man glauben, dass die Leute, welche immer hier leben dürfen, von der alten Kultur vollkommen durchdrungen sein müssten, aber man erkennt nur zu bald, dass dieses Volk eigentlich so jarnischt weiß von dem hehren Jeiste, der um diese Stadt hier lagert ist, und das ist vollkommen stumpf im Schatten der wundervollen Palazzi seinem alltäglichen Leben frönt. Du solltest unseren Richard M. Mayer mal fragen, woher das kommt, dass ein Volk so jänzlich, so jänzlich ohne höhere Jeistige Interessen zu leben vermag, welches doch früher auf einer ähnlichen Kulturstufe stand wie jetzt. Das wäre doch sehr interessant, von ihm eine authentische Auskunft zu erlangen. Und übrigens, darling, sieht man hier sehr elegante Fremde und die neuen Frühjahrstoiletten sind direkt süß. Die neue hohe Form der Hüte ist entzückend. Viele sind aus so schwarzem Moris mit Fantasiegestecken und die Möntelmienchen, Weste, futterlos, mit breiten Vorderteilen innen mit Leineneinlage, große, untergeschleppte Taschen unter Rücken nahtlos, oben mit schmaler und mit breiter Naht aufgesteppt. Sind tipptopp und très, très chic. Am 17. muss ich mich von Venedig losreißen. Mit welchen Gefühlen brauch ich dir nicht zu schildern. Das war ein Traum. Aber doch, wir jählen ja neuen Herrlichkeiten entgegen. Und hier in Firenze, in der Kapitale der Renaissance und Dantes, will ich erst recht in Kunst und Schönheit schwelgen. In Vignando a lei una cordiale Stretta di Mano. Was sagst du zum Italienisch, hä? Tausend Grüße und Küsse. La tua, la tua, Mathilde. Der junge Silberstein soll doch ganz bestimmt pervers sein. Die Jürgens haben's nun auch geschrieben. Und denkt ihr nur, wen sind wir hier in Firenze als erstes? Ihn, den jungen Silberstein. Und Fritz sagt, nun ist es richtig. Denn hier, Darling, ja, man erzählt sich ganze Hardenbände von der deutschen Kolonie. Und wenn wir erst mal wieder zusammen sind, geb ich dir Aufschlüsse. Shocking. Very shocking, sag ich nur. Ansichtskarte. Florenz von San Minato aus. Lili Käsebier an Jenny Krause. Berlin-Nordwest-Lessingstraße. Florenze, 18. Februar. Florenz ist wahnsinnig italienisch. Man begreift hier erst, was es ist. Grüße und Kuss, deine Felicissima Lili. Nachschrift. Warum seid ihr nicht mit uns, um all die Schöne zu genießen? Viele herzliche Grüße, Mathilde K. Frau M. Käsebier an Frau Auguste Krause. Berlin-Nordwest-Lessingstraße. Florenze, 19. Februar. Dir wirst Auguste Sweetheart. Schon längst wollt ich dir schreiben, aber die Flut dieser Eindrücke strömte so mächtig über mich herein, das ich wirklich zu gar nix kam. Was soll ich dir schreiben? Wie soll ich dir das schildern, was ich im Affi-Theatro in Verona vor dem Palazzo Ducale in Venezia oder vor dem herrlichen Collioni empfand? Das ist unsagbar und Worte sind zu schwach, um das alles wiederzugeben, was sich angesichts solcher Wunder in uns vollzieht. Darüber mal mündlich und ich werd dir dann mein Herz ausschütten. Wir sind alle gesund und überglücklich. Fritz natürlich in seiner Art, ne? Du kennst ja deinen Bruder und weißt, dass er nur mal von einer gewissen Erdenschwere ist und wir als echter Berliner keine Bewunderung nie zu erkennen gibt, schon hinter schnodrigen Bemerkungen versteckt vielleicht. Ja, manchmal verletzt es einen sogar, aber man muss ihn eben nehmen, wie er ist. Ja, ich bin überzeugt, dass er doch auch gegen die Sprache, welche all diese Herrlichkeiten reden, nicht taub ist. Was? Wie geht's denn deinem Karl oder Carlo? So werd ich von jetzt ab den nennen, denn ich werd mich nie wieder von dem Wohllaute dieser Sprache losreißen. Grüß ihn und dene Kleene. Täglich sagen wir, wie schade das ist, dass ihr nicht mit uns sein könnt. Saluta ituori cari, adio con tuta l'anima, deine dickliebende Schwägerin Mathilde. Gestern waren wir im Palazzo Vecchio, im Palazzo Decli Uffizi und im Palazzo Pitti. Schon diese Namen und ne Menge von Gemälden, wenn man sie nur zählen wollte, wird man schon ermüden. Und erst, wenn man sich in sie versenkt. Adio carissima! Friedrich Wilhelm Käsebier an Herrn Rentier Adolf Krickhahn, Charlottenburg-Kantstraße Florenz, auch Firenze genannt, den 20. Februar. Alla Demlak! Deinen Brief hab ich hier im Hotel vorgefunden und es ist nur gut, dass sie meine Lärmstange nicht in dir flossen gekriegt hat, denn eine liebenswürdige Schilderung von mir und der kleinen Tirolerin war das Menschenmöglichste. Wer kann für die Liebe, Adolf? Und ich sag dir nur, du hättest deine Kulleraugen aufgerissen. In Venedig waren wir drei Tage und du kannst dir vorstellen, wie miesepetrig mir war, immer neben der Ollen in Ekstase und immer Vortrag über schweigende Lagunen und tote Königin der Meere und was sich die Frauenzimmer so zusammenlesen. Ich sag bloß, was bietet mir als Mann von heute, der mitten im Leben steht und die Ellenbohen brauchen muss, so ein Altertum. Alter Käse stinkt, aber die Olle hat natürlich immer gerührt wie Apfelmus und spielte mir die Bildung vor. Das war auch so ein Reiterdenkmal von Collioni und hättest mal hören sollen, was die Damen will da für ein Raptus kriegt, ja, oder wenigstens so tat und die kleine Kröte fing an, mir anzuhimmeln. Na so blau, ich sag, Pferd ist Pferd und ob das mal das linke oder das rechte Bein hochhebt, das macht ja wirklich nicht den Unterschied, was die da tun müssen, als wären sie von der Stadtbahn überfahren. Na, da gibt's wieder den Blick, als wenn sie Jott um Rechenschaft fragte, wie er so was wachsen lassen konnte. Ja, tu mir mal nicht so, sag ich. Ich sag bloß, ehrlich meine Meinung und ihr spielt Theater und das Textbuch ist der Bedeker. Ja, nur aber raus aus die Lagune und rinn ins Cinquecento. Da sollst du mal Mathilden hören, wie sie Cinquecento sagt, als wenn sie's erfunden hat und ganz alleine hätte und wieder mit dem Vorwurf gegen mich. Na ja, sag ich, das ist doch nicht. Ich bin auf den Leim gekrochen und hab diese Reise, die gebildeten Länder und so da mit gemacht und musste aushalten und bezahlen. Ich schwöre dir, Adolf, einmal und nicht wieder. Ja, hier ist nun ein ganzer Band Bädiger zu absolvieren und unter acht Tagen krieg ich die Olle nicht los. Schon wenige Briefe nicht, die sie schreiben muss. Und weil man an ihrer Begeisterung zweifeln könnte, wenn sie kurz hier wäre, so müssen wir eben die ganze Zeit hier absitzen. Hier gibt's noch mehr Olle Häuser und Monumente und Kirchen und Klamotten und Kinkerlitzchen und Herr Jott nochmal, das Ganze. In die Restaurants sind wir nun schon ganz italienisch hier worden. Und sie kommandiert die Oberrum, der dessen Vergnügen ist mit Insalata verde und Testina di Vitello con salsa picante und Tortellini a brodo. Und sie sagtet so, als wenn sie man die Resonanz hier bohren wär, ne? Und täglich seuften sie über mir, weil ich die verfluchten Spaghetti noch nicht wie ein italienischer Lord um den Löffel wickeln kann und weil sie mir immer links und rechts so aus der Futterluke baumeln. Na ja, und dann helf ich mir, wie's geht. Gut, ja, Jesus sprach zu seine Jünger, wer keinen Löffel hat, isst mit den Finger. Was mit der holden Weiblichkeit los war, fragst du mich, kleiner Schäfer, nischt. Und nischt ist jut für die Dogen, ne? Ich muss noch in Venedig Mondnach mit der Familie genießen und Stimmungen empfangen. Da hatte ich keine Gelegenheit, mir die Hexen hier zu betrachten, die einem mit ihren kohlschwarzen Augen das Herz versenken. Na ja, vielleicht können sie hier mal Renexonxe ohne Papa intus nehmen. Und dann zieh ich los und gebe meinem Herzen in Stoß. Grüßt die Brüder von eurem Fritze Käsebier. Frau Mathilde Käsebier an Frau Kommerzienrat Wilhelmine Liggefett in Neukölln. Firenze, den 21. Februar, my darling. Nun sind wir schon den vierten Tag hier und ich kann mir nicht erholen vor Bewunderung über diese unsachbare Kunst und Kultur, welche hier einmal geherrscht hat. Man fragt sich doch unwillkürlich, wie das möglich war, das im finstern Mittelalter doch auch eine gewisse Bildung vorhanden war. Ich denke das mir so, dass sie damals natürlich selten war und nicht allgemein wie jetzt unter uns und dass sie dann aber sehr stark bei einzelnen Leuten war und sie zu solch herrlichen Leistungen befähigte. Du siehst, darling, man wird hier ganz von selbst auf Schritt und Tritt zum Nachdenken angeregt und man befasst sich ja mit Problemen, zu denen man daheim im Hasten und Treiben des gesellschaftlichen Lebens leider nur allzu selten kommt. Freilich haben wir ja bei Schulte oder Kassierer häufig Anregungen und wir können sogar sagen, was mir hier sehr fehlt, durch Aussprache mit bedeutenden Jeistern oder bekannten Kunstkritikern uns das eigene Fühlen und Denken zu ergänzen. Aber ich fühl doch hier, das uns auch die Verjangenheit unsagbar viele zu bieten verbarg. Weißt du, oft wünsch ich mir hier eine starke Hand, die mich durch die Renaissance hindurchleitet wie unsere Kritiker zu Hause durch die moderne Kunst, aber das ist nun mal ein unerfüllbarer Wunsch. Ja, ich finde sogar für mein inneres Erleben so gar keine gleichgestimmte Seele. Denn Lilly, so sehr sie sich das bemüht, auch das Mädel, das ist eben noch zu jung. Und mein Mann, ja, dir ist Wilhelmine, oft frage ich mich, wie eigentlich das Leben zwei so widerstrebende Naturen zusammenführen konnte, wie ich und meine Ideale in einer solchen nüchternen Umgebung unberührt bewahren konnte. Zu Hause fühl ich das ja nicht so sehr, wo ich dich und einen Kreis von dir Bildeten habe, aber hier befällt mich doch oft die schreckliche Gewissheit, dass ich nie, nie verstanden worden bin. Doch ich will nicht klagen, sondern dankbar sein, dass ich wenigstens all dieses Schöne und Interessante in Mickey aufnehmen kann. Wir haben schon gleich in den ersten zwei Tagen die Gemäldesammlung Uffizien, Pitti und Akademia und das Barcello und auch die wichtigsten Kirchen erledigt. Aber ich sehe aus Bädeker, dass wir noch sehr viel zu absolvieren haben. Das ist doch auch wieder eine Erholung, dass ich mit Lilly zum Pfeifeklack jehe, wo wir entzürkende Musik hören und die eleante Welt sehen können. Denkt dir nur, ein sehr schicker Herr hat sich uns vorgestellt, ein Conte Bonciani, welcher dem italienischen Uradel angehört, so was ganz Vornehmes, weißt du, wie bei uns der schlesische Adel, den man in der Hedwigskirche sieht. Der verwechselte mich mit einer Gräfin Schliefen, die er in der deutschen Gesandschaft kennengelernt hat und der ich außerordentlich ähnlich sehe, wie er sagt. Ja, er war Attaché in Wien und München und spricht sehr gut Deutsch, nur mit italienischem Akzent, was ganz entzöckend ist. Er macht so ein bisschen mehr den Hof, aber ganz in den Grenzen des Grand Senior von der alten Schule und hat so chevalereske Manieren, wie man es doch nur bei so echten alten Familien findet. Wenn der hier von so einem Palazzo Strozzi oder so spricht und so ganz nonchalant sagt, dass er seinem Onkel gehört, fühlt man doch, welcher vornehmen Tradition man hier begegnet. Und ich sag ihm auch, wenn er jemal nach Berlin kommt, muss er uns besuchen und ich gebe da einen großen Abend. Morgen ist ein Concours-Hippik in den Kaskiden und Bonciani will mich und Lilly dort hinführen. Fritz will uns nicht beleiten. Er hat hier ein Bierrestaurant gefunden und das, was er gemütlich nennt, ja, und er will sich in diesen Seligkeiten nicht stören lassen. Ich bin auch wirklich nicht unglücklich, wenn der weg bleibt, denn wenn wir hier voraussichtlich mit einigen ersten Familien von Florenz-Bekanntschaft schließen, du verstehst mich, ja? Aber nun, adio, Darling, adio, tausend Grüße und Küsse von deiner dich liebenden Mathilde. Ich hab mir hier ein Kostüm bestellt, da wir nun doch öfter mit dem Conte di Passiaciata in den Kanschine mitmachen und mit der First Class bekannt werden sollen. Das ist ein französisches Jackenkostüm mit Hüftgürtel, weißt du? Futterloser Drei-Bahnen-Rock zu Sackrock-Falken gelegt, die Jacke seidengefüttert, an den vorderen Rändern zusammenhängend, mit dem Kragen, mit dem gleichen Stoff besetzt. Dazu ein Hütchen, Darling, ein Gedicht. Schwarzen gefalteten Samtknopf mit schwarzen Reiern. Sieht fast so aus wie ein Samtbarrett. Und man kann sich Michelangelo vorstellen, der ein solches Barrett-Keck-Ufgestülpt durch die Straßen von Firenze wandelt. Ähm, der Conte findet dat auch. Addio, addio! Lilly Käsebier an Lotti Jürgens, Berlin-Nordwest-Schleswiger Ufer Firenze, 23. Februario Liebste süße Lotti, endlich kann ich dir den versprochenen Brief schreiben, aber du glaubst ja nicht, wie wahnsinnig man hier in Anspruch genommen ist von all dem Neuen, was man sieht und hört. Vormittags muss man sich bilden und in Begeisterung schwelgen, aber nach Tisch, Lotti, Lotti, du ernstet nicht. Nein, die Italiener sind wirklich süß. Du, die können einen ansehen mit ihren runden, schwarzen Augen, dat einem janz schummrig wird und frech wie Oskar. Und leutnant sieht man hier Lotti-Weste mit himmelblauen Breeches und breiten, aramantfarbenen Streifen und kurzen, janz, janz engen Uniformröcken. Ik find sie einfach süß. Der christliche Professor Hänisch, den Papa hier in der Pilzener Bierhalle getroffen hat, sagt, die italienischen Offiziere hätten nicht den wuchtigen, kriegerischen Ernst wie die preußischen, aber ik bin überzeugt, dat sie viel, viel besser flirten können. Ach, Süßing, warum sprech ich nicht Italienisch? Da sieht man doch erst, wie gut dat ist, wenn man die Sprache eines Landes kennt. Und ik hab mir auch fest vorgenommen, dat ich zu Hause Italienischstunden nehmen will. Und dann reisen wir aber auch ganz gewiss mit Samt hierher, Lila Lotti, und ik mach den die Zitzerone und übersetz dir, wat so'n Gentiliomo, Gott, wie dat klingt, uns ins Ohr geflüstert hat. Du, denk dir, wir haben einen echten Conte kennengelernt bei Donai, einen wahnsinnig schicken Attaché, der in Wien bei Hof war und sehr gut Deutsch spricht. Conte Bonciani, der hat sich uns beim Pfeife Glock vorgestellt und wir fuhren gestern mit ihm in der Karotza zum Rennen. Mama ist ganz bejeistert von ihm, weil er zu Crème de la Crème gehört und er hätte uns auch den besten Familien vorgestellt, aber Mama wollte das nicht, weil sie ihr Kostüm noch nicht bekommen hat. Und da zeigt er uns nur die Strozzi, Ritzi, Aldo Brandini und so weiter, mit denen er doch am meisten verwandt ist. Ik find ihn todschick, aber der flirtet kein bisschen mit mir und macht nur Mama respektvoll den Hof. Ik muss aber jetzt schließen, Süßing, Mama ruft mir schon ungeluldig, weil wir zum Pfeife Glock gehen. Tanti, saluti, i bacci, küsse von deiner Lili. Grüß auch Krügers vielmals und Mäuschen und Jenny und den verrückten Maxe und alle Bekannte und sag ihnen, dat is noch schöner, als man sich dat ausmalt. Du, hast du Mossi nicht mehr gesehen? Ach, erzähl doch bitte, wie war's denn in der Philharmonie? In Venedig haben wir immer von ihm geschwärmt und ik hab mir vorgestellt, ihn im Romeo-Kostüm in der Gondel. Adieu, Adieu, Mama ruft schon wieder. Du, ik muss dir noch wat rasch erzählen. Man legt doch seine Visitenkarten auf dat Grab von Romeo und Julia und ik hab auf'n Kärtchen Mossi geschrieben und ik hab auch auf den Sarg der Liebenden wat hier liegt. Wat sagste? Adieu, Carissima! Du, und von dem jungen Silberstein hab ik wat erfahren. Du auch? Bitte, bitte schreib mir. Ja, deine Lili. Friedrich Wilhelm Käsebier an Herrn Rentier Adolf Krickhahn Charlottenburg, Kantstraße Florenz, 24. Februar Ole Mäppelnäse Uff, mir geht die Puste aus. Kinderkinds, ihr habt keine Ahnung, was ein Mensch für seine Bildung tun muss. Nee, die habt ihr nicht. Ik sitz bei Mutter Böhmer und spiel ne Ehrenrunde eine nach der anderen und jieß immer noch ne Nullweiße auf die Lampe drauf. Ich, heiliger Bim Bam. Ik muss uffziehen in den Offizien. Ik muss mit in Palazzo Pitti. Ik muss, oh weh, ins Museo. Aber ihr Käseköppe kennt ja nicht mal die Namen. Und von dem, was das ist, habt ihr noch ein wenig Ahnung. Stell dir mal vor, in Korridor. Ja, vom Brandenburger Tor. Ik bin heute poetisch. Also vom Brandenburger Tor bis zum Schloss. Dann rechts um die Ecke rum. Einen langen Korridor und dann linksrum eher noch vom Schloss bis Brandenburger Tor. Dat sind die Uffizien. Und pass mal acht. Ein Zimmer nach dem anderen. Hinter dem anderen Zimmer. Wieder ein Zimmer. Unternebenzimmer. und alles voller Bilder und Gemälde und Gemälde und Bilder. Und setz dich mal einen Trapp neben meiner Mathilde, ja. Und schäße mal Saal Nummer 1 bis 99 und den Kajole von 99 bis 222. Immer mit so Lötkolben im BDK. Madonna mit einem Kanarienvogel. Madonna mit einem Zeisig. Madonna mit Weiß-Was-Ich-Wart. Lippi, Lippi, Loppi, Lipolino, Lippi. Oder Botticelli. Oder noch ein 1990 Celli und Cello und Knatsch und Kuddel und steifes hier Nick und die Jünger-Kieke. Siehste, Junge, dat ist Kunst und muss genossen werden. Herr J., wo die nur all die Bilder her haben. Ja, Berliner haben doch auch mächtig viele Maler. Ein ordentliches Ende wegschmieren, aber ganze Stadtteile mit verkleckste Leinwand. Halt mal einen Hut auf, ich will ausspucken. Und die Mathilde. Die hat einen runden Flunsch gekriegt mit lauter italienischen Namens. Und wenn sie so einen Happenpappen mit Celli und Cello hat, dann kaut sie ein paar Stunden dran und Augenaufschlag hat sie sich angewöhnt von wegen meinem Mängel an Kultur. Mit dem kannst du ich für Geld sehen lassen. Nee, Junge, nun hab ich hier noch von's Cinquecento. Ich hab der Damenwelt erklärt, dat ik nicht mehr mitspiele. Und meinetwegen können sie die BDK so lange mitmachen, wie sie wollen. Mich kriegen sie an die Lippo und Lippi nicht mehr ran. Von den vielen Heiligen ist mir schwach geworden. Ich werd mir jetzt mal ordentlich Pilzen in die Jacke schwenken. Mensch ins Kind, was sagste. Begegne ich nicht vorgestern dem Oberlehrer Hänisch, der hier auch noch was zu lernen soll und führt er mich nicht in die allergemütlichste Pilzenerstube. Dat glaubste nicht. Stahlmann in Florenz. Nun glaub ich wieder, dat ik in Europa bin und Bismarckheringe und Rollmops und großes Pilz. Da fordere ik dats Jahrhundert in die Schranken und Mathilde hier 15. Och, nee, nee. Dat is merkwürdig, Adolfgen. Hier is jeder Schluck Bier. Ne vaterländische Festfeier und dat singt in einem wie die Wacht am Rhein und Deutschland, Deutschland überallet, wenn man erst wieder mal dat richtige Getränk hat. Hänisch is jans der richtige Mann für sowat und dat kannst du glauben. Dat werden uns nicht bloß die Dogen nass vor Vaterlandsliebe. Mathilde hat die Hoffnung uffgegeben, dass ik mir hier die Bene in Leib stehen werde vor ihre Bädeker-Bekanntschaften und die lässt mir auch alle Tage an ihrem Mitleid über meine Unbildung riechen. Aber ik glaube, der Cinquecento stößt ihr selber ein bisschen sauer auf und sie begiebt sich mit ihrem Wissensdurst mehr in die Ruhe. Sie hat's so wieder mit Allianz und Jägenwart und schlabbert Tee mit Musikbegleitung und vorgestern ist sie mit Lilli zum Rennen gefahren. Und sie quasselt jetzt viel von Legationen und Gesandten und Erste-Florentiner-Familien, weil sie jens wat Vornehmes kennengelernt hat. So'n Windbeutel, der mal Attaché in Wien gewesen ist, sagt sie. Ik hab auch schon die Ehre genossen und ik muss sagen, der Kerl mit seinem gefärbten Schnurrbart sieht aus wie ein Mausfallenhändler mit gepumpter Kledatsche und Jeld ist bei dem das Wenigste. Der richtig jene Nassauer, der hat die große Klappe und ist ein Herz und eine Seele mit allens, wenn's aderlich ist. Ik trau dem Kerl nicht übern Weg, aber die Damenwelt verliert den ganzen Glauben an mir, wenn ik davon anfange. Naja, lang bleiben wir ja nicht mehr hier und immer moin und in drei Tagen fahren wir nach Rom, wo det, wie Hinesch sagt, auch Pilzenhallen gibt. Auf die Weise ertrage ich noch paar Wochen Italien, aber hernach, Herr J, da gibt's ne dolles Gart-Sitzung. Grüß die Brüder von eurem Renek-Sons-Menschen Fritz Käsebier. Telegramm Frau M. Käsebier an Frau Auguste Krause, Berlin-Nordwest, Lessingstraße. Florenz, 24. Februar, 10 Uhr Vormittag. Absendet sofort, eingeschrieben, mein Schmuck nach hier. Brief unterwegs, Mathilde. Frau M. Käsebier an Frau Auguste Krause, Berlin-Nordwest, Lessingstraße. Firenze, 24. Februar, dir ist Auguste. In aller Eile möchte ich dir auch brieflich mitteilen, denn und warum ich dir umsofortige Sendung meines Schmuckes ersuchen musste. Am 24. Februar ist die Gesellschaft beim Principe Orsini und ich soll durch Conte Bonciani dort eingeführt werden. Welch ein Glück, denn ich wenigstens ne Gesellschaftstoilette mitgenommen hab. Du hast hoffentlich den Schmuck sofort abgeschickt, damit er noch rechtzeitig eintrifft. Denn Bonciani sagt, dass es florentinische Sitte ist, bei so einer Gesellschaft Schmuck zu tragen und dass die Crème de la Crème von Firenze an diesem Abend im höchsten Glanze erscheinen wird. Das ist die denkbar größte Ausnahme, wenn Forestieri, so Ausländer, zu solch intimen Abenden eingeladen werden und nur dem kolossalen Einfluss des Conte ist das gelungen, diese hohe Ehre für mich zu erreichen. Bonciani sagt, dass die großen Familien, der Colonna und Orsini viel, viel explosiver sind als die deutschen Fürstenhöfe und detet viel leichter ist, in der Wiener Hofburg Einjagd zu finden, als bei der Altissima Nobilità hierzulande. Verzeih, detet dir die Mühe mache, aber du verstehst mir doch, wie viel mir daran liegt, bei diesem Abend repräsentativ zu erscheinen. Viele, viele Grüße an dich und alles Liebe von euer Felicissima Mathilda. Mathilde Käsebier an Frau Kommerzienrat Wilhelmine Liekefett in Neukölln. Firenze den 25. Februario, sweet darling, heut schreib ich dir so beseeligt und glücklich wie noch nie. Denk dir nur, Bonciani hatte durchgesetzt, da hätte ich zur Abendgesellschaft beim Principe Orsini eingeladen wurde. Eine Ehre, nach der die vornehmsten Mitglieder der deutschen Kolonie verjeblich schmachten. Och, wie vollkommen wäre der erst mein Glück, wenn ich mit dir an der Seite unseres Gentiliomo in den hohlen Saal eintreten dürfte. Ich hab meine absinntfarbene Charmeuse mit Perlstickerei mitgenommen. Du kennst ja das Kleid und kannst dir denken, wie froh ich bin, dass ich diese Einhebung hatte. Und meine Schwägerin wird mir auch meinen Schmuck schicken, den ich ihr zum Aufheben gegeben hab. Ich wollte ja nur unbedingt den mitnehmen, aber Fritze widersprach so heftig, dass ich nachgab. Nun muss ich ihm nachkommen lassen. Ja, Darling, nun kann ich dir ja nicht beschreiben, wie ich mir freue, dass ich durch eine Fügung des Himmels Eingang in diese exklusivsten Kreise erfunden hab. Wir bleiben nun auf jeden Fall noch länger hier, obwohl Fritze erdrängt, dass wir so bald als möglich über Rom und Neapel nach Hause fahren, aber ich lass mir unter keinen Umständen diese wundervolle Gelegenheit rauben, mit der Altissima Nobilita Verbindung anzuknüpfen, die doch nur janz, janz wenige Menschenkinder finden. Mit den Sehenswürdigkeiten bin ich ohnehin so ziemlich fertig und ich kann mich vollkommen dem gesellschaftlichen Leben hier widmen und Bonciani sagt, dass eine Einladung bei Orsini mir die Tore aller Palazzi öffnet und dass ich mich drauf gefasst machen muss, die bejährteste Persönlichkeit zu werden. Das sei nur schade, sagt er, dass die Saison bereits zu Ende geht, aber die Gesellschaft bei Orsini gilt immer noch als Clou und jedenfalls lass ich mir hier noch eine Gesellschaftstoilette anfertigen. Was sagst du zu schwarzem Samt und Goldbrokat? Mein französisches Jackenkostüm ist todschick geworden und hat gestern in den Kaskinen Aufsehen erregt. Zwei Damen im eleganten offenen Wagen haben sich nach mir umgedreht und Bonciani sagte mir, es sei eine Principessa Colonna mit ihren Schwestern gewesen und er hätte mich sogleich vorgestellt, aber leider führen sie schon in die Stadt zurück und wir könnten doch auch nicht umkehren und sie einholen. Ach Darling, das Leben ist doch so schön. Wenn ich nur ein bisschen in den Strudel des Highlifes untertauche, muss Lilly eben allein die Museen besuchen und ich finde es sogar sehr gut, wenn sie selbstständig an ihrer künstlerischen Bildung weiterarbeitet. Sie hat an meiner Seite alles Wesentliche gesehen und kann noch etwas mehr ins Detail gehen. Fritze nimmt mich Gottlob gar nicht in Anspruch. Der sitzt Tag und Nacht mit so einem Berliner Professor zusammen und ist selig, dass er hier deutsche Kneiper gefunden hat. Na ja, Schakou Assongou. Übermorgen, Darling, das klingt fast wie ein Märchen. Übermorgen, das klingt fast wie ein Märchen, das man bei einer uralten Familie Orsini zu Gast sein soll in einem Salon, in dem schon die berühmtesten Leute mit ihren Grands Dams gewählt haben. Der Principe Strozzi wird, wie Bonciani sagt, ganz bestimmt auch dort sein. Und da ein Vetter von ihm ist, werde ich mir in Naher Fühlung kommen. Friedrich Wilhelm Käsebier an Frau Auguste Krause in Berlin Nordwest Lessingstraße Lorenz 27. Februar Liebe Juste Du hast wohl einen Käfer gehabt, als du meiner Drumsuse ihre ganze Brillanten Ausstattung geschickt hast und wenn sie die auch telegraphisch drum gebeten hat, das hättest du doch bei mir anfragen können, ob sie nicht schwach im Hobby geworden ist und ich hätte dir dann schon auf geklärt. Seit ein paar Tagen war sie reine weg voller Grandezza. Ich war ihr schon zu gemischt und sie quasselte bloß mehr von Strotzi und Orsini und Einladung zu Gesellschaften und habte sich dat und da dicke als werden sie geborene Hund Zollern und mal bisschen italienischen Fürsten bemuttern. Ich dachte mir sie war ja immer nicht ganz unwohl und hat mal wieder einen großen Traller aber der dicke Ende kam nach und wäre nach gekommen wenn ich nicht noch die Polizei und Vorsehung gespielt hätte gestern Abend offen Abend geht in unserem Hotel ein Mordsradau los denn im Zimmer von der Amerikanerin war eine Tasche mit Schmuck und Geld gemaust worden und da kam gerade dazu wie der Kerl aus dem Zimmer flitzte und nun schießt er los in zwei Treppen runter den Korridor lang und rinn ins Klosett aber mein Amerikaner immer hinterher und wie er hatte im Doppel Null schreit er nach Kellner und Hausknecht und dann ist es auch gleich das halbe Hotel vor dem Geheimkabinett und wie sie die Türe aufbrechen wollen kommt der Kerl raus als wenn schwer und wer ist der elegante totschicke verflossene Attaché Conte Bonciani hat sich aber was mit dem konnte weil den die Polizei schon kannte und er ist bloß von der serbischen Hot Volet ein geprüfter und approbierter Hoteldieb aus Belgrad Petrovic Rigorovic Lumpovic der hat doch die liebe Mathilde so schön betimpelt und wenn er man bloß dir heute hätte warten wollen dann könnte er mit brillanten beladen abschwimmen und deine seelens gute Schwägerin hätte keinen Ton gesagt weil sie doch viel zu vornehm ich denk der Affe laust mir wie sie mir im ersten Schrecken das Geständnis macht das ihr heute bei Fürstens Tee schlabbern wollte und sich den Schmuck bestellte den ihr geklaut hätte ich hab ihr aber ein Licht aufgesteckt Mathilde sag ich so Leute wie den verewig der Konte sind Menschen Kenner und nun kannst du dir an die Finger abklavieren warum er gerade in seine Vornehmigkeit präsentiert hat bei dir der kennt dem lieben J sein Reitpferd und weiß Bescheid und was so ist das kommt immer von irgendwas ja nun du mir den einzigsten gefallen Augusto und schick uns nicht einen ganzen Möbelwagen nach wenn wir vielleicht noch näher mit dem italienischen Adel bekannt werden und grüß mir deinen Kall der sich in Ast lachen wird herzlichst dein Bruder Fritze Frau M Käsebier an Frau Kommerzienrat Wilhelmine Liekefett in Neukölln Firenze den ersten Mazo Darling gestern noch wollte ich dir auf deinen Brief antworten indem du mir Glück wünschtest zu meinen Erfolgen in der Florentiner Gesellschaft aber deine Worte rührten aufs Neue meinen Schmerz auf und ich brachte nicht über mich dir das schrecklichste mitzuteilen Wat ist dit Leben Wat ist unser Glaube an alle Jute und Schöne Ich bin so grausam enttäuscht dat ich den Glauben an die Menschheit definitiv verloren habe und nie nie mehr werd ich jenes harmlose Vertrauen auf die edlen Seiten der menschlichen Natur zurückgewinnen Denkt dir ach ne die Feder sträubt sich dit hinzuschreiben dieser Bonciani oder ne der hieß ja gar Jedenfalls ist der Dieb und Hochstapler in einer Person wie kann man sich so täuschen allerdings der hatte Manieren wie sie nur bei den Abba Tenthausen vorkommen und dat soll ja auch einer aus ner serbischen Adelsfamilie sein ne aber dennoch der hatte dat auf meinen Schmuck abgesehen der ja nicht in seine Hände gefallen ist aber das Erwachen aus diesem Traum war doch ist darum dat er nicht dat zart gefühl hat meine Empfindungen zu schonen ach kurz und jut am Tag vor der Gesellschaft bei Orsini oder richtiger vor dem feste dat der nix würdige mir vor getäuscht hat wurde als Dieb entlarvt und festgenommen und ich muss noch froh sein dat der Hotelier von der fälschlichen Einladung bei Orsini nix gesagt hat und dat er auf meine Bitte in Darüber Schweigen bewahren will sonst würdig dat is fürchterlich auszudenken als Zeugen vor Gericht kommen dieses schrecklichste wenigstens scheint mir erspart zu bleiben dat is ja genug dat Fritzen mit ner wahren Freude in meiner Wunde fühlt und diese willkommene Gelegenheit benutzt um seine wirklich niedrigen Ansichten triumphieren zu verkünden dat soll uns einmal nicht beschieden sein die dat muss in den Kot gezogen werden lass mich schließen Darling du verstehst mir und meinen Schmerz und dat is mir ne Beruhigung in diesen trüben Tagen wir reisen morgen nach Roma und vielleicht lässt mich der Anblick der ewigen Stadt diese Erlebnisse vergessen die Kunst ist doch die einzige nie versiegene Quelle der reinen Freuden und meiner Bejeisterung für sie wird trotz aller hämischen Bemerkungen erst recht wieder empor lodern ich nehme Abschied von Florenz an der sich für mich so eine unsäglich bittere Erinnerung knüpft und schickt dir tausend grüße und küsse deine tief traurige Mathilde Das sehr denn wh sind ein r va loo